hallo und herzlich willkommen zurück bei company of heroes und nachdem ich im multiplayer letztes mal so abgelost habe habe ich mir gedacht ich mache erst mal die kampagne und ich würde sagen wir fangen mit der invasion der nomadie an fangen wir gleich mal an das wurde noch nicht abgeschlossen möchtet tutorial braucht kein mensch gut aha oma hapi bringen sie ihre einheit hinter hohen gebäuden oder mauern dort sind sie sehr gut vor beschuss geschützt okay ich verstehe natürlich alles auf dieser karte eine beliebige taste drücken ich halte meine klappe jetzt auch mal habe ich 7 Uhr, 6. Juni 1944. Bleib in Bewegung! Die ATAs machen uns fertig! Vorrücken! Die ATAs machen uns fertig! 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 Du Los, los, los! Lass es da! Fertrappe ta vis! Aidez con! So. Wohin müssen wir dann? Gut, dann mal schnell! Hopp, 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 hopp! Boah! Jo. Dann... Muss hin denn noch ein paar. Ja. Ah, wo denn? Können die das nicht selber machen? Komm schon. Wo sind denn noch ein paar? Da sind noch ein paar. Ja, ja. Mach ich ja schon. Ich mach ja schon an. Wo sind denn noch ein paar? Gute Arbeit. Die Ebelkompanie hat's geschafft. Das ist gut. Wo stecken diese blöden Pioniere? Wir brauchen Pioniere, um den Stöcheldraht zu sprengen. Bringen Sie sie zum Kiel! Ja. Dann soll sie sich nicht hinlegen. Wir haben keine Deckung mehr! Pioniere! Komm, los! Komm schon! Boah, diese scheiß Mörser. So. Das sieht nicht rosig aus. Wir müssen vor diesen Strand runter! Wir müssen den Wunker ausschalten! Oh, hier ist weg. Achtung, Grenate! Hm, schön! Und eine Pause, bis diese MG42 ausgeprägt sind. Sie und Ihre Sprengladungen zu dem Bunker. Los! Los geht's. Es ist eine Gedanke. Es ist eine Gedanke. Oh oh. Es ist eine Gedanke. Es ist eine Gedanke. Der Krozen ist in unserer Position. Oh, komm schon. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Schneller. Werf doch. Gott sei Dank. Boah, das sind ja noch mehr. Oh, der fickt gut. Was? Ich hab den immer noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. hallo geht das nicht wieso kriegen die kein Damage ich versteh das nicht ja mach ich doch wenn ist hier eine Sprengladung auf den Bunker äh ah ok ja man sollte auch lesen boah rennen jetzt geht es aber richtig hm 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 schön hm wir müssen diese 88 ausschalten sachen sie ihre männer in ordnung zuhören Erste Gruppe bereit machen zum Vorrücken.